und dann mit dem messer? Ernsthaft? natürlich! ich glaube das ist ein deathmatch mit dem messer gehts besser, ne? das reint sich sogar auch mit dem messer nicht ich glaube das hat sie so bewusst gesagt na dann schauen wir mal was hier so abgeht sind wir alle im selben team? ja es ist ein überlebenskampf ich weiß nicht wie du darauf kommst wir müssen überleben und du stirbst du bist der einzige der auf und zu läuft dann nur ausgerechnet du musst hiermit sein du spinnst wohl kommen machen fisch wo sind denn die gegner ich sehe gar keinen da hinten da oben oder so kommen die da übernügel da übernügel auto alter er hat mich gerade fast überfahren aber man kann die autos nicht benutzen ist so scheiße aber da war nicht schlecht ja ach komm ey das ist genau das gleiche im grün weißt du der gegner steht vor dir er zieht nach rechts ja 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 ist das hier wieder mit irgendwelchen wellen oder? ja oh 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 oho bestätig found wurde begangen ich werde den scheiß handy kommen oder? da sitzt noch der pilot drin das auto was da unten steht ist es da oben sind es ist nur die knarre ja es ist die knarre wenn alles über das überhaupt noch was getroffen ist wenn rastet wieder vollkommen aus wir wollten auch mal dass du ein erfolgserlebnis hast ich finde keine weste ist da haben auch liegen doch fünf stück auf der karte rum auch ja das geht mir jetzt hier kommt in meinem auto hoch bist du noch überfahren ja hier kommen irgendwie immer die ganze zeit hoch und ich bin tot ich muss es hinrichten wenn der zwei schon unser unser gang hier finde aber auch das nicht wirklich gut konstruiert so ist irgendwie was irgendwie drin wo eigentlich gar nicht los ist da hast du irgendwie riesen festungen eingebaut und hier draußen ist halt nichts hinter dir Sven also wie schlecht wir sind mies das war jetzt einfach nur schlecht wir machen weiter fand ich eh nicht toll das ding ja es war okay aber sind zu früh gestorben was sagt die uhr halb drei drei reagieren habe ich auch nicht schon wieder ich sehe das schon wieder dem august sind ja 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 ja